Ja, auch gar nix dafür und... Hallo, ich bin 7-1 oder sowas von der Lane gegangen, also ich bitte dich. Kevin war ja auch im Plus. Ja, weil der... Die Mitte schon 0-6 oder sowas stand und der Jungler genauso mit 0-5 da stand. Ja, trotzdem haben wir verloren. Also... Und jetzt sieht es auch nicht wirklich gut aus, weil die auch so eine Frontline wieder haben. Und schon wieder ein Heiler. Ein Heiler und ein Diver mit Katzix, also... Und wir sind alle squishy wie Hölle. Na, uh, dir geht, aber... Müssen wir uns nur angucken. Ja, vielleicht haben wir auch Glück, ein Kerl macht ne geile Aktion, damit er gleich mal 3 Leute oder 4 Stunt und dann sieht es anders aus. Das ist der Plan! Wo wir beim letzten Spiel, wo wir dachten, das ist verloren und du dann die eine Aktion bringst und wirst dann drehen. Damn. Weißt du das noch? Das war auch richtig nice. Folge kam erst vor zwei Tagen raus. Ah, okay. Die habe ich noch nicht gesehen. Am Montag habe ich eine schöne Arbeitszeit, 8-15 Uhr. Ja, nice. Was im Leben. Und von 8 bis um 10 ist halt nur Schulung. Und mir wurde auch eine Schulung in Freiburg reingedrückt. Ich habe da gar keinen Bock drauf, weil er schreut sich doch. Das freut sich doch. Also gesagt, ich soll kurz nach 6 losfahren, wenn ich einen neuen dort sein will. Also... Und es ist auch noch Freiburg mitten in der Stadt. Ich glaube, da kann ich auch nicht parken. Da muss ich bestimmt irgendwo... Ich muss ihn außerhalb vielleicht parken. Meine Schulung ist ja in Reutling. Ja, nice. Im Saturn. Hätte ich auch können. Arbeite beim Saturn. Ja. Halte dich nichts davon ab? Ne, halt. Meine Schulung ist sogar in Tübingen im Saturn. Echt? Nice. Erste Hilfe-Kurs habe ich in Reutling im Saturn am 14. Mai. Genau an dem Tag, wo ich Urlaub habe. Ja, und jetzt? Da würde ich auch nicht hingehen. Aber ja, ein Hilfe-Kurs könnte wichtig sein. Ja, aber wenn ich Urlaub habe, dann würde ich den Teufel kaufen, um diese scheiß Schulung zu gehen. Na, ich gehe da jetzt hin, habe dann trotzdem relativ früh frei und es wird mehr Seminartag, nicht als Urlaubstag angerechnet. Na, ist doch gut. Gibt es nämlich dicken Schwanzlotschen, wenn ich im Urlaub irgendwo auftauchen sollte. Es dauert mir immer zu lange, bis das Spiel losgeht. Die Vassalen sind doch schon bei dir. Du kannst nicht schnell genug sterben, oder was? Echt? Das kann ich schon nicht. Ich muss nur den Gegner schon Jungle rennen. Ah, du Arsch, oder was? Inkompetenter Jungle. Alex ist schon voll im Rage-Mode. Ich habe auch nicht kapiert, warum, aber... Ich habe ja einfach keine Ahnung, wo ich zum Porten habe. Okay. Okay. Darf ich auch nochmal? Du. Die fehlt tatsächlich. Können wir es diesmal richtig machen und die Minions killen und sie dann erst versuchen? Du. Gut. Dann kann man jetzt zum Beispiel... Ah, fast. Ah, das ist sie. Ich habe gerade ein Ding gesehen. Na, das ist sie. Ja, da bin ich mega drin. Hast du im Staub? Ne, im Lastsitz verkacken. Ah, böse ist es auch, ja. Ich habe schon 13. Du schön dicken wieder, Alex. Oh, der Jungle ist da. Lauf, Alex. Lauf, 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 lauf. Nein. Wollte ich da hin. Scheißdeicht. Jetzt verreckst du auch noch. Nee. Oh, ist der Typ schneller als ich? Nein, sonst ist er nicht. Kack. Kaufen. Oh, ich kann ja... 500. Na, verdammt. Vielleicht doch nicht. Hm. Bei mir schon SS. Bist du eigentlich gestorben, Mike? Hast du Towershots gekriegt, oder? Der Typ macht Schaden. Ja. Wow. Wow. Warum war mir das klar? Hm. Warte, Mute. Wie geil sind die Übung, wir haben im Doppel. Warte, Mute. Warte, Mute. Oh, ich habe außerdem falsch geskillt. hey was habe ich jetzt schlechteste gank ever ja 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 Huren-Champi, ehrlich. Huren-Dicken, Alex. Er hat schon draufgeschlagen, aber na gut, hat er zu greifen. Ah, jetzt hat er wieder... ...je mehr Spiel, oder? Ich glaube, 1, 2, 3... Danke, Baby. Sag mal ein Gruß. Ich soll ein Gruß von Marvin sagen. Dummer Jacks. Gruß zurück! Ja, nice. Ja, nice. Ich hätte mich eigentlich gestupst. Jetzt wäre es auffällig, wenn jetzt ein Restart am Server wäre. Alles auffällig, ein Restart am Server. Sag ja, ich kick alles. Brauchst nicht, mach einfach ein Restart. Fliegen alle weg und kriegen eine Server-Meldung. Ja und? Wie cooler. Ja, der hat sich gerade weggeportet. Ich hatte gerade einen Sound-Bug. Ich habe den Teleport weiterhin gehört. Sag doch, der hat sich weggeportet. Ja, ich weiß doch. Da oben ist ein Jungler. Oh, ne, ne. Nami. Treffen mal was. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Weil so in 1v1 kann ich nicht mit dem dealen. Was machst du? Ich habe nur gebordet. Was? Das macht mir Angst, sowas. Der schiebt schon abartigen Schaden für das, dass er 1-0 steht. Ja. Darf ich sich daran erinnern, dass du Age bist? Ja. Okay, werde ich machen. Bei mir ist SS. Was? Für dich. Ich habe mich hier auf der Rottländer aber nicht. Wie lange noch bist du Uteiling? Bis ich da bis 6 bin. Ja, also heile Leben oder so. Ich? Nice. Du checkst es immer noch irgendwie weg. Ja, in der Mitte. Ich habe das Ding gemacht. Das ist SWAT-Fisch. Ich habe das Ding gemacht. Ich habe das Ding gemacht. Als es so ist, ist es so kl secret, dass ich mich nicht einfach nicht schmackige machen kann. Das ist ja so nelseante geblieben, wenn ich mich schmackige kenne. Leck, 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 leck. Oh, geil. Danke. Aber, Mann, ja gerade noch so da, oder? Ja. Ich hab noch 30 übrig also Weiß nicht wo ist Uiuiui, ein Schaden macht aber schon guten Übrig jetzt hab ich Ulti, aber kein Mahn halt Ja, ich hab in 2 Sekunden wieder der Udi ist da Wenn du ziehen kannst Na, geflasht Udi, äh, Ding muss geflasht haben meiner Meinung nach Bei mir ist es S Der Udi gefällt mir, vergisst das, was das Video ist Ja, der gank nur fort Tut er nicht Na komm Na komm du Dicker NEIN Oh sorry Ja Ah, das hab ich verzockt Achso Ich hab auf jemanden auf was anderes eingeschlagen Das war ein Auto-Hit Ich muss kurz back, hab kein Mana mehr Das ist doof Oh, der Mana ist einfach scheiße Ich hab hier 150 Gold übrig, das ist doch scheiße Ich hab hier Ich hab hier Ich hab hier Ich hab hier Und so Schreib Kommst du, Marvin? Juuuuu Aber zu spät Oh Lebst du? Ja, ich bin grad Base gegangen. Hab mir so mal nach 13 Minuten klingende Endlichkeit gegönnt. Ist das gut oder schlecht? Eigentlich relativ gut. Kostet über 3k. Okay. Ich hab übrigens 2 Kissen gerade bekommen. Vielleicht nicht ganz optimal. Ein 1er Tag Speed und klingende Endlichkeit ist schon ganz okay. Merkst du schon wieder was? Oh nice, 40k. Ich warte mal ganz kurz Alex. Ah, ich hab grad keinen. Haben wir schon wieder SS? 16 Sekunden hab ich objektiv. 61 Sekunden haben sollte. Ein Flash hab ich schon wieder. Flash hab ich schon lange wieder. Hab ich glaub ich noch nie genutzt. Oh, das ist meine. Ah, ja dann nimm mal einen Kinn. Also Achtung, Jax könnte Teleport haben und ist grad wieder weg. Nice, nice. Achtung. Und Karsix wird gleich nach unten kommen. Wir haben alles ready, da geht gar nix auf Bot. Ja genau. Wir haben gar nicht alles ready. Ja, aber ich hab nur Heal nicht ready. Der Rest ist komplett. Wir haben auch Full Mana eigentlich. Ja jetzt Karsix auf der Borderline. Gerade angekommen. Vom River aus, bitte. Das war der falsche Weg. Der hat aber alles aufgedeckt. Den Buschen glaub ich nicht. Also den Busch hat's aufgedeckt und der ist geworden. Den auch. Der kann nicht. Und wenn der kommt, kriegt der mit direkt meine Ulti ab. Also. Hm, das ist relativ. Man der Karsix zu Mitteln. Du bist schon ein dicker Alex. Ja. Hast du Ulti? Ja. Ah, sorry. Falscher Wicht. Aber auch besser als Eilen als Heilen. Ja, kill, kill. Da wird niemand kommen. Ich glaub der ist gerade gestorben. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich hab's Gold. Oh, jetzt darf sie auch noch ein paar kills bekommen. Sehr schön. Gold. Oh ne. Hätt noch ein bisschen da bleiben müssen. Ich hab voll verballert. Gar nicht gut. Oh, ich hab'n Blue-Buff vor mir. Heo, Kennen. Gut, dass du Mana hast. Geil, den 15 hätte ich wieder Ulti. 50. Na, 60. Ich hab' auch Teleport-Ready wenn das ist. Wir testen, checks. Keine Ahnung, du fragst du mich. Guck mal, was war. Achtung, die kommen, drei Stück kommen Zeug in die Mitte. Bobby kommt auch hoch. Ja boah, ich bin halt auf dem Bad, aber. Ja, das dauert es. So, ich bin auf dem Bad. Ulti! Soll ich ulten oder was? Ja! Geh in die Mitte! Mitlein! So! Nice! Snipe! Ich kann pushen, oder? Jaja, auf jeden Fall. Jaja, es sind zwei Mitte einer Bottle in zwei Todes. Easy Pushing. Okay. Und Flash weg, so kann man es auch machen. Nicht, dass ich da jemand rein wollte. Aber hey. Ich bin getrunken. Ja. Jaja, da war ich wieder mit. Jetzt bin ich auf jeden Fall wieder! Wuuuuh, ein Glück ist der KZ nicht rein. Der hätte mich da eigentlich killen können. nice marvin pushcourt spot mit der diana das langt wahrscheinlich kaum 19 minuten das war dein rekord zu 13 oder 11 oder so 9 oder 9 folgt gerade echt nicht so geil achtung checks ist weg ich bin gleich bei allen die sind fünf kann ich red kurz machen also ich gehe mal so lange wieder auf die top achtung die 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 sind komm da von der anderen Seite. Nimm du den Kill. Ich hab schon 6 Stück, das reicht halt mal. Ist doch wahr, ganz ehrlich. Hat mir auch schon 2 abgegeben. Na ich geh kurz back Alex, dann komm ich zu dir. Oh. Ja. Oder auch nichts. Oh du stirbst doch einfach. Also wir führen zwar, aber deswegen müssen wir jetzt nicht so fahrlässig mit unserer Firma. Keine Ahnung wo der war. Ich glaub der ist unsichtbar hergekommen. Ach was. Ich hab ihn gar nicht mitgekriegt gerade. Oh oh. Ne der ist sogar nicht mehr hergesprungen. Hm. Achtung. Woah. Kommt der klarweil und push ich weiter in der Mitte. Ne die sind ja. Ne jetzt glaub ich kommen die nicht mehr. Ok ich bin nicht oben. Ne ich glaub eh auch nicht. Ah wobei doch. Karstex kommt auch noch zu euch den Top. Ja ich push brot. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir das alle überleben werden. Ja und ich hab noch Karstex gekillt. Der hat ja auch fast nichts mehr. Oder warum ist der wohl kaum? Ich glaub nix mehr. Der hatte. Kali hat nix mehr. Ah shit. Oh nein. Und wir rennen in Power rein. Kali hat ein Teleport raus. Mütter. 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 Oh das wird gar nicht oft. Jax kommt wahrscheinlich zu euch. Echt? Okay. Ne der Jax ist unten. Der will dich holen Alex. Marvin. Dic. Mich sicher nicht. Ok Jax kommt hier hoch. Oh oh der hat sich unsichtbar gemacht jetzt rennen wir mal mein Freund Ich komm Arsch Dann lauf ich wohl mal besser Oh shit die sind alle in der Mitte Oh Diana Ich versuch mal ich die retten kann Ich könnte halt die rein ich hab meine Ult aber so alleine Ja dann geh rein dann geh rein ich komm von der Seite Schmeißt du einfach dein Ult in irgendeinen drauf Irgendeine ist gut Nein Nein hinter mir war der Kart 6 dann der kacke ich bin tot Achtung Ich hab mir doch egal ob du tot bist Das meinte ich halt mit einfach rein Oh nein Ja man Nach Achtung Und tschüss Huuuuhuuhu Nein So ein hohem Champ hier gibt's gar nicht Hehehehe Tja kaum ich bin ich da schon total Aber ich Wie die wie die Hölle Übelst Drake ist wieder da Ja den kann man gleich machen Ich glaub wenn ich jetzt alle sterben weiß Weil die Diana ist so überfliegt Ich glaub nicht nur Diana Kevich komm zum Dings Drake Hilfst du mir dabei oder soll ich erst Red machen Nö ich helfe dir schon dabei ich mach halt nur in der Zeit schon mal ein Blub Oh fuck jetzt kommen sie zu mir Ja ich Haufe Ja ich habe rücken K cicator Ja ich habe rücken Marvin schießt mal der Nulte da oben rein. Echt jetzt Leute? Nein, den wollte ich klauen. Lass mal die Beine ankommen. Geil, wieder zu zweit. Wie ich das liebe und der Jungler guckt zu, hey. Ah ok, Dings ist da. Er ist weg. Habt du gut gemacht? Der Jungler kommt halt nicht. Ja, er brecht ab. Der Jungler stand genau daneben. Der kann ja auch einfach kommen. Das wär ein Free Baron gewesen. Na ok, der hatte kein Smite-Fuck-Bot auch noch. Ja, ist die haben eh aufgegeben. Wuhuuu. Nice. Hoffentlich direkt in der Promo wieder mit so plus 50 Punkten.